Hey, Cousins! Wir machen heute was ganz Tolles, stimmt's, Brummel? Einen Stand aufbauen? Klar. In nur einem Tag? Nicht ganz so klar. Tylee wollte schon immer einen Leckereienstand haben. Also, Brummel wird diesen Stand bauen, ich besorge die Früchte, die sie noch braucht, und Tylee macht daraus die leckersten Kästlichkeiten. Und ein talentierter Vogelchor wird zur großen Eröffnung singen, das wird ein wunderbarer Tag! Ich weiß nicht. Das klingt ja unglaublich. Wir helfen gern. Was? Helfen? Nein, danke. Ich krieg das schon alleine hin. Jetzt nicht so brummelig. Es ist doch schön. Also gut, ich weiß, was ihr drei tun könnt. Eigentlich weiß ich nicht, was ihr drei tun könnt. Ich weiß nicht, was ihr drauf habt. Abgesehen natürlich von eurem Kümmerherzensammeln, das macht ihr wirklich toll. Ich bin ein Erfinder. Also wär's doch für mich nur logisch, wenn ich mit Brummel an der Konstruktion mitarbeite. Also wirklich, deine Logik gefällt mir, Klugherz. Und ich arbeite gern mit Pflanzen, also kann ich dir helfen. Hurra! Das ist pflanztastisch. Ja, aber wer hilft Tylee? Sie muss nicht nur backen, sie muss auch die Vögel auf den Gesang vorbereiten, damit die große Eröffnung auch richtig feierlich wird. Naja, Knuddelherz-Pinguin kann sich gut mit den Vögeln verständigen. Haha, ich hätte es nicht besser sagen können, Knuddel. Hurra! Unsere drei Cousin- und Glücksbärchi-Paare sind am Start. Dann gehen wir es an. Es gibt so viel zu tun, so viel zu tun. Ich muss schnell meine Hummelbeeren-Biskuits fertig backen. Hurra, kommt nachher mit den Früchten und ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Oh, ist das letzte Blech mit Biskuits schon fertig? Naja, beinahe. Ich warte lieber hier. Nicht, dass ich verbrenne. Oh, aber ich muss die Gabeln und Löffel und Teller und Tassen nach draußen bringen. Ich darf keine Zeit verschwenden. Oh, äh, nein, nein, ich warte lieber. Ach, alles wird gut. Was soll schon passieren? Ich bin ja gleich wieder zurück. Oh, die Biskuits, die verbrennt. Wow, perfektes Timing, Knuddel. Wie hast du das gewusst? Ist das wahr? Du sprichst die Vogelsprache? Das ist ja toll, ich nämlich auch. Wir haben so viel gemeinsam. Ja, richtig, die Biskuits. Das hier ist der Sternenwürfel. Ein revolutionärer Schritt nach vorn in der Kümmerherzensammeltechnologie. Und das ist alles da drin? Aber was macht das Ding? Es macht das Ding.